Namaste, Namaste, herzlich willkommen. Montag, der 4. März 2024. Schön seid ihr bei uns. Hoffentlich ein tolles Wochenende gehabt. Das Wetter war ja schon teilweise frühlingshaft und ich hoffe, dass liebe Schweizer Mitbürger, dass die Abstimmungen so gelaufen sind, wie ihr auch abgestimmt habt. Damit wären wir schon bei unserem ersten aktuellen Thema, nämlich dem Abstimmungsresultat. Die Schweiz hat analog dem Monatslohn zu einer 13. AHV-Rente, also zu einem 13. Rentenauszahlung, ja gesagt. Relativ deutlich. Ich habe die allerletzten Zahlen noch nicht gesehen, aber es ist nicht nur ein numerisches Mehr von den Stimmen, sondern auch von den Ständen, also von den Kantonen. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Und was soll man da sagen? Ich meine, es gibt ja Protestwähler und das war jetzt wahrscheinlich auch eine Protestabstimmung. Zum Teil nicht nur, weil es gibt wirklich viele ältere Menschen, wo das Geld wirklich nicht mehr reicht bei dieser Inflation und bei der Teuerung, die eingetreten ist in den letzten Jahren. Das ist klar. Da geht es wirklich auch um eine bessere, etwas mehr Lebensqualität. Das ist ganz klar. Aber wenn man natürlich sieht, wofür jetzt dieses Europa zum Beispiel einfach Geld rausschleudert, die Schweiz etwas weniger als zum Beispiel Deutschland. Aber was man da alles unterstützt, ich sage nur die Migration, ich sage nur gewisse Entwicklungshilfsprojekte, wo einem einfach die Spucke weg bleibt, dann ich sage nur diese unsäglichen Investitionen in einen ebenso unsäglichen seit bald zwei Jahren oder seit mehr als zwei Jahren, Entschuldigung, dauernden Krieg in der Ukraine, wo, ja, ich finde, man kann das Geld gerade so gut zum Fenster rauswerfen. Das führt dann in der Regel zu glücklichen Menschen auf der Strasse, die es auflesen können und zu keinen weiteren Todesopfern bei vorwiegend jungen Menschen, vorwiegend jungen Männern. Also und da wird man sich natürlich gesagt haben und ich bin auch ehrlich gesagt mit diesen Leuten, also wenn wir für so viel Geld rausschmeissen können, dann zuerst die Schweiz. Switzerland first würde vielleicht ein gewisser orangeblonder Mensch sagen, ich habe Verständnis für dieses Resultat, es erstaunt mich überhaupt nicht und es ist vielleicht auch, ja, wie die Linken sagen, ein bürgerlicher Denkzettel und vielleicht auch ein Denkzettel für die Regierenden, die, wie ich den Eindruck habe, sich unglaublich weit vom Stimmvolk, vom Stimmvieh, muss man fast sagen, entfernt haben mit dem Rasseln der Kriegstrommeln, des NATO-Beitritts, von Flughäfen, die man der NATO und Bunker zur Verfügung stellen soll und das sind Professoren von der ETA, die solchen, ich sage jetzt nicht was, Zeugs verzapfen, wie man in der Schweiz sagt und da habe ich grösstes Verständnis dafür. Wann und übrigens noch etwas, ein Land, eine Nation zeichnet sich auch, das hat mal ein gescheiter Kopf gesagt, dadurch aus, wie es seine Tiere und seine älteren Mitmenschen behandelt. Bitte behaftet mich nicht auf diese Reihenfolge, sie ist jetzt arbiträer über meine Lippen gekommen, also Entschuldigung, wenn man für die älteren Menschen, die ja ein Leben lang viele einbezahlt haben in diese Rente. Wenn man denen eine 13. Rente nicht so wie einen Monatslohn einen 13. gönnt, die Schweiz, die reiche Schweiz, dann verstehe ich die Welt nicht mehr und ich verstehe auch die bürgerlichen Parteien, allen voran die SVP nicht, die doch auch viele ältere Menschen hat, die es nicht so auf den Haufen haben, wie man in der Schweiz sagt das Geld und dieses Gejammer, also dieses Gejammer, dass sich das die Schweiz nicht leisten kann. Ich bin mit der SVP einverstanden, ich habe das relativ peinliche und hilflose Kommuniqué gelesen, das sie gleich nach den Wahlen geschrieben haben, total am Thema vorbei. Liebe Freunde im Haus der Freiheit, ihr entschuldigt mich, aber das ist einfach so, oder? Ich bin mit der SVP, dass man vielleicht jetzt irgendwo anders halt etwas weniger ausgibt für sinnlose Projekte, da bin ich absolut mit der SVP. Aber mein Gott sind uns die älteren Menschen, die man zum Teil einfach hemmungslos weggesperrt hat in Isolation, in unwürdige Situationen. Dort musste man sie schützen und was weiss ich, ja, hört man doch auch auf, vielleicht ist das jetzt ein bisschen eine gerechte Kompensation. Und wisst ihr auch noch, was mir auf den Sack gegangen ist? Diese Plakate und vor allem ein Plakat, Enkelkinder schonen. Also da muss man schon mal sagen, wenn ich diese Z-Generation anschaue, diese Schneeflöckengeneration anschaue und mit vielen Unternehmern rede und über Vorstellungsgespräche, mit HR-Leuten rede, dann kommt doch diese Z-Generation, oder? Ich überspitze es etwas, aber es ist so. Die erste Frage, die sie stellen, wann kann ich in die Ferien? Und die zweite Frage, habe ich einen Parkplatz, oder? Und die dritte Frage, kann ich auch nur 60 oder 70 Prozent arbeiten? Ja, so kommen wir in der Altersvorsorge auf keinen grünen Zweig mehr, oder? Und wenn ich diese Bilder sehe, Junge schonen und Enkelkinder schonen, dann sollen doch bitte mal die Jungen und die Enkelkinder, auch mal ein paar Jahre, einfach ganz normal arbeiten. Zum Beispiel ein Vorschlag von mir, 90 oder 100 Prozent von mir aus in Gleitarbeitsschichten, dort wo es geht, alles klar, oder? Aber jetzt da und dann noch dieses eine Plakat mit diesem kleinen Knaben, oder? Mit dieser, ja Entschuldigung, mit diesem Gesicht von dem Knaben, der so sauer reinschaut, wie wenn sein Meersröntchen und sein Hamster und seine Spitzmauch und sein Hund und seine Katze am gleichen Tag gestorben wären, oder? Also Michael Mittermeier gesagt, also ein grösseres Arschlochkind hätte man nicht finden können für dieses Plakat. Und da muss ich wirklich sagen, da fühle ich mich solidarisch, wirklich mit der älteren Generation. Ja, bei mir geht es noch ein paar Jahre, bis ich diese AHV-Rente auch bekomme. Wir kommen dann gleich zur Frage, wie und wann wird die ausbezahlt werden? Ich weiss, wenn es mir einigermassen gut geht, dann werde ich die Rente in vollem Umfang spenden, einem oder mehreren guten Zwecken, das ist für mich selbstverständlich, oder? Aber dieses ewige Schonen der Generation, wir dürfen nicht mehr heizen, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, wir dürfen kein Fisch mehr essen, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir dürfen keine Milchprodukte mehr zu uns nehmen, wir dürfen nicht mehr fliegen. Alles wegen dieser jungen Generation. Mein Gott nochmal, also Generationenvertrag hin oder Herr, Paktas und Zervanda, Generationenverträge sind einzuhalten, aber bitte, es ist nicht eine Einbahnstrasse. Und wir auf dem letzten Drittel unseres Lebens sollten in einem Fakir-Nagelbett-ähnlichen Schlafzimmer schlafen und uns asketisch mit Rollatoren und Stützstrümpfen und weiss nicht, was noch durch die Welt bewegen. Also irgendwann ist irgendein Schnellme fertig. Ich sage es, ich weiss, das wird mich vielleicht so Abos kosten oder Spenden kosten, aber ich verkaufe meine Seele nicht. Ich bin mit den älteren Menschen, ich verstehe, dass sie ja für diese Rente gestimmt haben, absolut. Und ich muss sagen, man kann das Geld wirklich auch für Dümmer ausgeben. Liebe Grüße an die SVP, an die FDP und auch an die Mitte. Nun zum praktischen Teil. Nach meinem Stubhor hier und Furor, wann wird die 13. AHV-Rente erstmals ausbezahlt? Übrigens kleine Nebenbemerkung. Unsere lieben Freunde der Alpenrepublik Österreich haben übrigens 14 Renten. Da wird im April und im September jeweils etwas mehr ausbezahlt. Also wenn die Österreicher das mit 14 machen, dann können wir es doch auch mit 13 oder sind etwa die älteren Schweizer und Schweizerinnen weniger wert als die älteren Österreicherinnen und Österreicher. Liebe Grüße natürlich nach Österreich, insbesondere in meine Lieblingsbundesländer, Tirol und Vorarlberg. Nun, das weiss man noch nicht. Unsere dafür zuständige Bundesrätin, Frau Bohm-Schneider, wird das noch auspaldorfen müssen. Man vermutet, dass nicht alles im Dezember ausgezahlt wird. Es sollte ja mal so ein bisschen als Weihnachtsgeld auch deklariert werden, ob es zweimal pro Jahr wie in Österreich. Andere sagen, es wird auf zwölfmal verteilt. Okay, also am Schluss bleibt ja alles irgendwie gleich. Und wir werden ja sehen, wie das dann geht. Nun, gestern habe ich ja etwas gemacht. Manchmal brauchte es Hedonismus. Das Wort habe ich extra weggenommen. Heute heisst der Titel «Jagt sie die Hungrigen». Und zu diesem Video hat eine Zuschauerin geschrieben, dass würde sie so nerven, diese Fremdwörter und diese Inflation von Fremdwörtern. Ja, also ich muss wirklich sagen, Hedonismus, wenn das auch ein Fremdwort ist, okay, dann werde ich meine Matur Typus B, die ich gemacht habe. Und da habe ich halt sechs Jahre lang Latein pauken müssen. Ich entschuldige mich in aller Form dafür, dass ich nicht irgendwie so eine «spürschmi, fühlschmi» Matur Typ M musisch gemacht habe. Ich habe halt nach sechs Jahren lang Vokabeln, Lateinische büffeln müssen. Und ich habe, ja, da bin ich auch ein bisschen stolz darauf, auch noch ein bisschen eine humanistische Bildung mitbekommen. Und ein anderer Zuschauer hat dann richtig geschrieben, ja, also Hedonismus ist doch voll okay, solange es nicht nur Anglizismen sind. Und ich habe auch kommentiert, ja, Hedonismus ein Fremdwort, Fragezeichen. Man hat nie ausgelernt. Das eine kleine persönliche Geschichte. Nun aber wichtigeres als meine Schwurblerei, ja, ich glaube es nicht, dass diese Woche was rauskommt, aber ich möchte einfach daran erinnern, weil wir hören so viel von diesen Trauerfeiern, von dieser Motivation, von der Witwe von Nawalny, von diesen unglaublichen Mitleidsbekundungen für diesen Edelmann, für diesen Wundermann, für diesen Gutmenschen Nawalny, dass wir natürlich Assange wieder völlig vergessen, von gar nicht zu reden, von Gonzalo Lira, der das mehr oder weniger das gleiche Schicksal einfach in einem ukrainischen Gefängnis erlitten hat. Dort hat man die Diagnose gestellt. Pneumonie, niemand hinterfragt das. Bei der Thromboembolie von Nawalny ist es natürlich absolut völlig klar, dass das nicht stimmt und dass es ein Mord war von diesem Putin-Kreml-Regime. Ich bin wieder mal auf einen richtig interessanten Artikel gestossen, die Kafkaisk Imprisonment of Julian Assange von Glenn Greenwald, den er vor gut zwei Jahren geschrieben hat. Interessante Aspekte dort drin zu dieser Assange-Geschichte. Die Strafverfolgung von Assange ist eigentlich eine wunderbare, in Anführungszeichen, Vorlage, wie man Journalisten zu Verbrechern machen kann. Und er schreibt dort in diesem Artikel 2021 vor Weihnachten, dass ein Schritt, den Trump gemacht hat, der wirklich verheerend war für Assange, ist, dass Mike Pompeo zuerst Chef der CIA wurde und dann, was war er, Innenminister. Und er hat ja alles versucht, um das Problem Assange zu lösen, sagen wir es mal so. Ihr wisst, was ich meine. Wie die Journalisten, also vermeintliche Journalisten, ich weiss nicht, ob es Hilfsbuchstaben, Anordner und Zusammensetzer sind, wie Julia Joffi. Sie ist eine Russlandhasserin par excellence. Sie schreibt dann, und das ist das, was ich meine im Westen, Nawalny hat einen Strahl von Optimismus und Humor in einen dunklen und schrecklich brutalen Platz gebracht. Oder die Russen daran erinnernd, dass sie es eben gut besser können. Also dieser Mise Peter, dieser Misanthrop Nawalny, komplett rechts, ultra rechts, aussen auslegend mit, wir haben darüber berichtet, mit Äusserungen über Mitmenschen, die ziemlich schrecklich sind, oder? Der hat dann Sonnenschein und Hoffnung und ein Leuchtturm-Rolemodel. Jetzt habe ich schon wieder Anglistismen gebracht, um Gottes Willen. Ein Leuchtturm-Vorbildmodell in Russland gelebt und dann noch dicker, immer noch Julia Joffi. Wie zufällig oder wie passend ist das, dass nach all den Jahren in der äquatorianischen Botschaft, dass Julian Assange da rauskommt, dass er rausgeworfen, rausgerissen wird und er aussähe wie ein russischer alter Mann. Also da muss man ganz ehrlich sagen, dass ja, da schämt man sich manchmal auch, dass man eben im Westen lebt. Jetzt werden wieder alle schreien, Kaimi, Moskau einfach. Ja, wenn es denn so sein muss, dann ist es eben so angeklagt. Nochmals ist Assange für den, oder im Rahmen des Espionage-Akt, ein Artikel oder ein Gesetz aus dem Jahre 1917 eingeführt unter der Ägide von Woodruff Wilson, dass er sich alle Kritiker vom Leib halten konnte, weil er ja sein Wort massiv gebrochen hat, dass er nicht in den Ersten Weltkrieg eintreten würde. Was interessiert mich? Mich das Geschwätz von gestern, die alte philosophisch-politische Weisheit. Nochmals zu Aaron Bushnell, der Mann, der aktive Offizier der American, nicht Royal, der American, US Air Force, der sich angezündet hat vor der israelischen Botschaft gestern vor einer Woche und gesagt hat, er könne nicht mehr zusehen, wie seine Armee sein Land in Gazastreifen wüte. Da wird jetzt vermutet, dass er eben nicht nur Offizier war, sondern mehr wusste. Und das ist die New York Post, die meistens tiefer geht als die grosse Schwester New York Times. Er hat also gesagt, dieser Aaron Bushnell, dass er classified, also geheime Wissen hatte, dass eben amerikanische Soldaten anboten, Boots on the Ground, in den Tunneln gegen die Hamas kämpfen würden. Und das scheint nicht nur aus der Luft gegriffen, weil kaum hat er das gesagt, wurde ein Post vom White House entfernt dort auf irgendeinem Social oder auf mehreren Social Medias, vielleicht sogar auf der Website, das weiss ich jetzt nicht, wo man sieht, wie Präsident Biden gewissen Delta Force-Mitgliedern, das ist eine der Spitzeneinheiten, die eben dorthin geht, wo es wehtut, die Hand schütteln und kaum hat Aaron Bushnell diesen Verdacht geäussert. Zack, ist das Bild weg. National Public Radio war unfähig bisher, die sagen das offen, die Motive dieses Mannes zu eruieren, warum er sich denn angezündet hat. Ich meine, er hat das bis zum Kollaps, bis die Flammen ihn kollabieren liessen, hat er ausgerufen dort, warum er das macht. Es gibt ein Video, als er zum Schafott, zu seinem selbstgemachten Schafott spaziert, wo er sagt, warum er sich jetzt gleich anzünden würde. Übrigens eine Form des Suizids, die ich überhaupt nicht verherrliche. Er ist für mich kein Idol, er ist für mich nicht irgendein Übermensch. Man hätte die gleiche Wirkung praktisch erzielen können. Er hätte dort sie für den Blut können ausziehen und seine Uniform anziehen oder von mir aus seine Waffe verschrotten. Alles möglich, aber er wäre dann eben ein weiterer Chelsea Manning und Bradley Manning, Chelsea Manning, Julian Assange geworden. Aber er hätte langfristig viel mehr erreicht. Er hat es gemacht, trotzdem irgendwo mutig. Es ist alles klar, warum er es gemacht hat, aber NPR, National Public Radio, weiss das nicht. Dann kommt die Washington Post. Der Airman, also dieser Offizier der Luftwaffe, der in einer religiösen Umgebung aufgewachsen ist, hatte eine anarchistische Vergangenheit. Ja, darum ist er ja wahrscheinlich im Militär auch so weit gekommen. Es ist einfach lächerlich, muss man nur sagen. Und da geht es dann weiter. He has played a central role in Israel's siège of Gaza. Und da kommt dann auch raus eben diese Informationen, die er angeblich hatte, dass der Geheimdienst bereits Offiziere nach Israel geschickt hat für, wie man immer sagt, Aufklärungsarbeit. Also da scheint was dran zu sein. Er wird uns nichts mehr sagen können, weil er leider nicht mehr lebt. Newsweek, auch mal ein Leuchtturm. Ja, dort ist er jetzt einfach ein verrückter Kerl. Und mentally ill, ich habe es schon mal gesagt, stellt euch vor, ein russischer Soldat hätte das gleiche gemacht. Kein einzige westliche Zeitung wäre auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, ob dieser russische Soldat vielleicht mentally ill, Entschuldigung, der Sanglizismus, geisteskrank gewesen ist. Nun, auch wieder ein unglaublicher Skandal, israelische Attacke. Endlich kamen mal Food Convoys rein in den Gazastreifen um vier Uhr morgens vom Internationalen Roten Kreuz unter anderem. Da sieht man diese grossen Trucks voll. Man hat sogar zwischenzeitlich versucht, aus der Luft Hilfe zu schicken oder und dann um vier Uhr morgens. Wahrscheinlich schläft man dann halt nicht, wenn man so hungrig ist. Das ist ja auch nur normal. Oder sind die Leute zu diesen Trucks gerannt und die israelischen, die IDFs haben das Feuer eröffnet und die haben dann nicht 112 Menschen umgebracht, sondern es kam zu einer Katastrophe, weil die Lastwagenfahrer, die natürlich auch einfach einen Job machen, die kamen in Panik, haben Gas gegeben und da wurden nicht nur viele überfahren, sondern es kam zu einer Massenpanik und Menschen kamen auch zu Tode, wurden zertrampelt in dieser, man kann es nicht anders sagen, Stampede. Und das gibt auch Drohnenaufnahmen, wie man sieht, wie diese Leute zu diesen Trucks laufen und wie dann auch diese Menschen, auf diese Menschen geschossen wird. Und das war eben das direkte Feuer, das weiss man, hat 20 Menschen umgebracht. Mehr Sachen sind noch in Abklärung. Da sieht man, die werden auf Pferde wagen, werden die Leichen abtransportiert. Also das sind, ja, man hat diesen Gazastreifen wirklich in die absolute Steinzeit zurückgebombst. Wie reagiert das israelische Militär? Ihr Lieutenant Colonel Peter Lerner oder Peter Lerner, keine Ahnung, wie sich der Mann lieber ausspricht, oder? Er sagt ja, dass die IDFs hätten sich bedroht gefühlt, sie hätten unzählige Schüsse in die Luft, Warnschüsse abgegeben. Und ja, von wem haben sie sich bedroht gefühlt? Von abgemagerten, hungrigen Menschen, die um vier Uhr morgens Richtung eines Trucks oder mehreren Trucks laufen. Es kam auch zu Drohneneinsätzen, seit der IDF. Vor was haben sich die Drohnen bedroht gefühlt? Um ihre Umhüllungen oder um was genau? Also das ist wieder so eine Geschichte. Ich bin gespannt, was die guten Journalisten, die dort auch sehr dabei sind, wie Aaron Matthei oder Max Blumenthal oder George Galloway, was die uns noch liefern werden an wirklicher Information. Immerhin, also die IDFs, wir sind ja schon mit wenig zufrieden in der Antipropaganda. Sie geben zu, dass sie das Feuer eröffnet haben auf diese Menschen, die zu diesen Foodtrucks gelaufen sind in riesigem Hunger. Also da steht es, also die Israeli haben das offiziell zugegeben, oder? Und sie sagen dann auch, das kann natürlich wirklich stimmen, dass thousands were killed and endured from pushing, trampling and being run over by the trucks. Also durch Stossen, Drücken, Vertrampen und überrollt werden von diesen Lastwagen. Ja, dann, das ist im Norden von Gaza offenbar passiert. Das ist völlig abgeschnitten. Also da gibt es nicht mal das Tor zu Rafa anscheinend zu Ägypten, oder? Viele haben, sind jetzt gezwungen, noch übrig gebliebene Tiernahrung zu essen. Die United Nations sagen eins von sechs Kindern unter zwei Jahren ist im Norden vom Gazastreifen, ist massiv unterernährt. Was das bedeutet für ihre Entwicklung, auch für die geistige Entwicklung, muss ich glaube ich hier nicht erklären. Es ist deletär, es ist grausam, oder? Und auch die Quelle United Nations sagt, ein Viertel der 2,3 Millionen Palästinenser face starvation, also sind mit akutem Verrungern konfrontiert. Circa 80 Prozent sind aus ihren Häusern bereits geflohen. Und ja, wenn man das dann noch liest, IDF plans Spring Offensive, also eine Frühlingsoffensive planen die israelischen Streitkräfte. Entschuldigung. Nein, es ist ernst, ich sollte mich nicht lustig machen, aber gegen wen, gegen welchen Gegner denn soll man eine solche Offensive machen? Also das ist schon verrückt. Und ich habe ja auch eine Zuschrift bekommen nach meinem aktuellen letzten Newsletter von, ich sage das natürlich nur anonymisiert, ich will niemanden kompromittieren, aber ja, ich soll sorgfältiger sein als Schreiberling und überhaupt diese Ärzte, schreibt dieser Mann, ein Schweizer, diese palästinensischen Ärzte, die würden nur mit diesen Hamas-Menschen und Kämpfern und Terroristen unter einer Decke stecken und ich solle meine Worte gefälligst besser wählen. Ich kann nur sagen, lieber zuschreibender, ich kann dir eins sagen, ich habe auf vielen Stationen gearbeitet, auch auf Notaufnahmen und wenn da jemand kommt, dann arbeitest du als Arzt, egal welche Religion dieser Mensch hat, welches Geschlecht, welches Alter und auch wenn er von der Polizei in Handschellen gebracht wird mit Verletzung, dann machst du das, was du gelernt hast als Arzt, nämlich versuchen, Schmerzen zu lindern, zu flicken und Leid zu lindern. Und da bin ich überzeugt, dass diese Kollegen in diesen Spitälern dort unter grauenhaften, unter minimalistischen Bedingungen arbeiten und dieses Mail, das ist ja, das ist mir sehr, sehr sauer aufgelegen, das ganze Wochenende. Aber ich mag verdammen, was du sagst, ich würde mein Leben, in diesem Fall mein Video dazu hergeben, dass du es eben sagen darfst. Ja, und das mit diesem schrecklichen Bild möchte ich nicht aufhören, sondern lieber, dass wir jetzt am Ende sind. Avandla, Avetu, erst recht, muss ich sagen, schön, dass ihr bei uns wart, vieles passiert auf der Welt. Wir bleiben dran, um sie vielleicht ein Müh, ein Angsttröm besser zu machen und wenn uns das mit euch gelingt, à la bonheur, dann hat es sich schon gelohnt. Schön, dass ihr bei uns seid, bleibt uns gewogen. Mein Name ist Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgewägten, die es bleiben und noch werden möchten. Saludos a todos, sali zame. Macht's gut, bis sehr gleich. Das war's. Das war's. Ich glaube, das war's. Das war's.